Musik Moin aus dem schönen Hamburg. Hallo, jetzt kommt's weiter im neuen Vlog. Ich bin gerade am Flughafen und auf dem Weg nach Norwegen, denn ich flieg nach Oslo, um Wilma zu besuchen, weil sie halt 18 wird. Und deswegen feiern wir ihren Geburtstag und Leonie kommt auf. Und ich freu mich schon richtig, die beiden wiederzusehen, weil ich hab sie jetzt schon zwei Monate nicht gesehen, deswegen... Doch! Doch! Und ich flieg halt über's Wochenende und gerade ist halt Freitagabend und mein Flug geht halt um 22 Uhr irgendwas, deswegen, ja, ich freu mich auf die Inflasche voll. Reunited! Ja, we're in the car and now we're going to Oslo. So fun. Oh, but it's even here too. Ja, and then like, look up, you can like, see too. I'm like, look up, come on. Wait, so what did you do today? So fun. Wait, so what did you do today? What did you do today? What is it? Oh, oh no, it's, uh, ziplining. Ziplining. Oh gosh, I was like, also confused. I was like, wait, are they going down? That's crazy. Of course it looks better with the snow and everything, but yeah, this is, yeah. We can turn up here and go down and just have a look and you can take the pictures if you want to do. Okay. So we went to the juicery and we got, we all got an acai bowl. und oh mein Gott, oh, es ist juice, ja, Aquarius, H2O, lemon, lime, lemongrass, blu, spirulina, agave, es sieht gut, ich glaube, die Farbe sieht lustig aus, ja, ja, und so, wir sind jetzt in der Stadt, in Osso, und die Wetter ist so gut, es ist like Summer, finally, finally, at the end of August, look at this, this is so stunning, it's really beautiful, we're like, in the central right now, so cute, yeah, no, yeah, we went in there and we watched for free, and Wilma's back here arranging the tables, do you need help? yeah, that would be nice, wait, it looks so pretty, I think, Wilma, where do you want the balloons, like here, or like on the table, yeah, just, no, not on the table, just like somewhere, like, yeah, whatever, I don't know, does this look okay, bye, yay, so it's Sunday now, and we're in Oslo again, we're at the opera, yeah, and we're just like walking and like enjoying the nice weather, it's so beautiful here, because like, there's the horde, and there's the city, and the weather's perfect, so, yeah, yeah, and then yesterday, we had Wilma's party, and it was a lot of fun, because we got to meet all her friends, yeah, that went pretty good, it was fun, so, yeah, and I can show you the harbor if you want, it's a famous sculpture, yeah, famous sculpture, I feel like Oslo is like really, I don't know, like a lot of art, yeah, because like, there's the opera, you can't really see it like that good right now, but, oh, you also go inside the open, I'd like to show you, really, yeah, oh, that's cool, it's not like inside the rooms, but I'm like, oh my gosh, it's so much fun, yeah, it's really windy, and then that's the airport, yeah, yeah, haha, I remember that, yeah, haha, her mom told us yesterday, so, yeah, famous painter, artist, I don't know, yeah, it's gonna happen there, songs, haha, I think it's, yeah, I think it's like, yeah, oh yeah, you know, the one called, like, Scream, yeah, that's him, oh, that's cool, it's there, seriously, wow, I like the, oh, yeah, 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 wait till the castle, yeah, but, like, in the end, I don't know, I never know if I keep the pictures, yeah, no, I'm probably, I'm gonna, like, look for, like, the most important lookarge. Oh no! Ich habe meine Haare so wunderschön. Ich habe es so warm in Spinn. Es ist wirklich warm. Sie denken, dass sie sich studieren müssen? Für lange Zeit? Sie müssen sich studieren, um ein Guard zu sein. Ja, sie werden erst in der Militär und dann gehen sie das hier. Ich liebe immer vlogen mit Menschen, die sind größer als ich. Das ist für alle. Es ist gut. Oh, wir sollten hier machen ein selfie. Warte. We're celebrating Wilma's 18. Und wir haben... Was haben wir? Pasta. Ich glaube es auch. Das wäre unser Zug gewesen. Guten Morgen, Leonie. Guten Morgen. Wie fängt unser Tag hier an? Sehr gut. Es wird noch besser. Es wird noch besser? Ja, das wird noch besser. Ich meine, immerhin sind wir so unterwegs und Wilma's an der Schule. Also... Was haben wir denn heute noch so vor, Leonie? Äh, wir wissen es ehrlich gesagt gar nicht so. Das ist das Problem, ja. Wir fahren jetzt einfach mal so nach Oslo, weil Wilma wohnt halt so ein bisschen außerhalb, aber nicht wirklich. Das heißt, wir fahren jetzt nach Oslo. Und dann gucken wir mal, was wird. Dann kann ich einfach so rumlaufen. Kaffee trinken. Ja. Mal sehen. Uns fällt schon was ein. Hoffentlich. Das funktioniert. Das war voll. Wir sind jetzt gerade in der Oper. Und machen hier richtig schöne Touri Bilder. Aber es sieht echt voll schön aus. Wir sind hier ja gestern. War es gestern als wir hochgelaufen sind? Ja, ne? Super. Ist ja geil. Ich bleib hier. Oh mein Gott, sie ist so soft. Und ich habe nie gehört. Was ist es? Es ist so schön. Was ist es? Okay. So soft. Oh mein Gott. Sie ist so schön. Sie ist so schön. Sie sind so light, ich versuche sie zu tragen. Sie ist so light. Ich weiß. Sie ist so light. Ich weiß. Und sie hat mich. Sie sieht größer. Sie hat nur die Haut. Sie ist wahrscheinlich Angst. Sie ist wirklich light. Ich weiß. Kann ich? Tschüss. Wir sehen uns gerade angekommen hier in Ostern am Flughafen. Eben auch schon durch Sicherheitscheck und so. Haben Wilma halt tschüss gesagt. Das war echt irgendwie ein bisschen komisch. Weil wir wissen jetzt halt nicht, wenn wir uns wiedersehen. Aber naja, bestimmt bald. Also wir kommen dann auf jeden Fall wahrscheinlich so im nächsten Frühling halt irgendwann mal zu mir. Aber vielleicht sehen wir uns vorher nochmal. Also bis wir irgendwie zu Leonie fliegen oder so. Keine Ahnung. Deswegen. Und jetzt warte ich hier gerade noch auf Leonie. Weil sie hat ihren Koffer bei der Sicherheitskontrolle vergessen. Deswegen hat sie jetzt eben gerade auch erstmal alle möglichen Leute angelabert und die gefragt, ob sie ihren Koffer wieder zurück kann. Weil hier ist irgendwie so eine Tür, wo man irgendwie nicht mehr durch kann. Also. Keine Ahnung. Nur so zur Sicherheit. Also es ist schon noch im Sicherheitsbereich. Aber keine Ahnung. Es ist irgendwie ein bisschen kompliziert. Aber auf jeden Fall warte ich jetzt gerade noch auf sie. Und dann muss sie gleich auch in die Richtung. Also dann muss sie gleich auch in die Richtung. Und ich muss da in die andere Richtung. Deswegen. Ja. Mal gucken. Ist irgendwie komisch. Aber. Keine Ahnung. Ich bin irgendwie so voll traurig, dass ich jetzt schon wieder nach Hause muss. Also ich freue mich natürlich auch immer wieder auf zu Hause. Ne. Das ist auch immer. Weiß ich nicht. Das ist auch immer eins der schönsten Parts von Reisen. Wenn man halt wieder nach Hause kommen kann. Aber. Ist trotzdem echt irgendwie. Schade. Ich wäre sonst auch gerne noch ein bisschen länger geblieben. Aber naja. Das wollen wir machen. Die kommen bestimmt noch mal wieder. Hast du deinen Koffer wieder Leonie? Wie kann man seinen Koffer vergessen? Ich verstehe es nicht. Wie kann man seinen Koffer vergessen? Keine Ahnung. Mir ist es aber auch nicht aufgefallen. Ne. Ich weiß nicht warum. Aber ich dachte irgendwie so. Ah ja. Rucksack. Jacke. Hast alles. Aber. Solange ich ihn jetzt wieder habe, ist alles gut. Ja.